Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Playstation 4. Das war ein bisschen das Problem. Nach der letzten Folge habe ich wieder meinen Wecker gerichtet. Mit dem Zoom Zoom. Und das Zoom Zoom war leider schon fast da unten. Da hat man 5% gesehen. Oder weniger. Und so war die letzte Folge total zur Sau. Beziehungsweise war der Akku nach xy Minuten fertig. Ich weiss es eben nicht mehr. Weil ich es ja nicht gesehen habe. Weil es plötzlich weg war, als ich wieder drauf geschaut habe. Es war keine Zeit mehr. Und ich wollte wieder so eine kurze Folge machen. Die ich auch schon mal hatte. Eine von den ersten Folgen sind wir zwei, drei Folgen oder so. Oder fünf Folgen. Es war mega kurz. Also nur 7 Minuten und so. Ich wollte das wieder so machen. So lösen. Also nicht sagen. Sagen, dass ich keinen Wecker hatte. Und dann habe ich die Folge zu speichern. Und dann wollte ich die Folge speichern. Sprich. Ich habe nicht viel erzählt. Ich habe nicht viel gemacht. Was ich noch im Kopf habe. Jetzt ein Creeper verjettet. Da vorne. Beim Bach. Also beim See. Oder was auch immer. Und ich habe da auch nicht gepudelt. Also viel verpasst. Also verpasst habt ihr nichts. Punkt. Was interessant war. Und ja. Ist verschissen. Ich weiss es. Ich weiss es verschissen. Und da ist es mega lange. Ähm. Und so. Da haben wir die Fackeln weg. Nein sag ich. Ähm. Ist es verschissen? Im Moment ist es verschissen. Zuerst dir wird ein Zens gemacht. Gut. Es ist abends. Macht er nichts. Es ist abends. Und. Also nicht nur. Nicht nur bei Minecraft. Sondern auch bei mir. Aber ich hatte es einfach heute Lust gehabt. dazu aufzunehmen. Und. Ich will eigentlich euch alles zeigen. Was passiert. Also auch wenn ich stirbe. Ähm. Das jetzt eben auch wieder 7. 7. 8 Minuten. Wird es auch wieder etwas gewesen sein. Ähm. Wie die Flöten gegangen sind. Das nervt mich. Aber. Was ich jetzt eben nicht weiss. Ob das eine Aufnahme drin ist. Auch die Profis. Wo. Von Let's Play lebt. Welche Fehler. Jetzt auch erst mal kürzlich passiert. Weiss ich nicht. Ob das ein Erfolg drin ist. Oder nicht. Die Aussage. Aber erst verkürzlich. Einer der erfolgreichsten. Äh. YouTuber. Und haben ihn auch so kennen. Weil ich vor ihm sehr viel Respekt habe. Weil ich ihn sehr sehr cool finde. Hat Fehler gemacht. Einen Aufnahme. Einen Aufnahme. Einen Fehler gemacht. Und keine Ahnung mehr was. Ich weiss schon was er falsch gemacht hat. Aber ich sage es doch nicht. Weil dann weiss man nämlich wer es gewesen ist. Ich will nicht. Ich will nicht. Also liebe ihn. Schwul bin ich noch nicht. Ja. Verpeilt bin ich auch. Er will ihn nicht schlecht machen. Weil er ist wirklich sehr gut. Und ja. Das kann passieren. Fehler dürfen passieren. Wir sind Menschen. Immer noch. Also. Also ich bin ein Mensch. Ich weiss nicht. Ob du. Äh. Ja. Ein Mensch bist. Weiss ich nicht. Was jetzt da zu los. Wäre natürlich vorteilhaft. Aber es könnte sein. Dass du irgendwo. Ein Monster bist. Und es da zu los ist. Ähm. Was ich da jetzt. Weiss ich auch nicht. Ob das eine Aufnahme ist. Ich werde da wieder etwas aufbauen. Drum. Ich bin ja. Durchbruch habe ich ja geschafft. Yeah. Ähm. Das heisst. Ich tue jetzt da eigentlich. Äh. Weniger abbauen. Ich musste vielleicht noch ein bisschen. Normale Steine machen. Sprich die Einschmelze. Dass man es nicht so. Seht. Dass ich da etwas feuer gemacht habe. Weil ich würde es eigentlich. Ich würde eigentlich eine. Natürliche Höhle machen. Dass ihr das auch vielleicht wisst. Was ich da machen will. Aber gleichzeitig möchte ich. Ich weiss eben noch nicht. Ob ich nur eine Höhle möchte machen. Oder. Oder. Das wird wirklich durchgehend. Ramsch. Alles weg. Und. Dass man da eigentlich nachher. Da einen Berg hat. Zzzzzzzz. Mit den. Riesenbäumen da. Dschungenbäumen. Da einen Berg hat. Und dass ich einfach da. Eine schöne Breite habe. Und dass eigentlich aus dem. Einen Berg. Einen Berg. Einen Berg. Einen Berg. Wie auch immer. Ähm. zu weh draus machen. Einen Berg. Ich weiss. Einen Berg. 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 Zigble. Garde noch ver blem. Das ist gar nicht gut. Ich pfeife. Ich vergisse immer wieder. Einen Berg. Ich desired leider immer wieder. Einen Berg. Einen Berg. Einen Berg. Einen Berg. Der ging es. Das reicht mir. Was ich vielleicht hier möchte anmerken. Schaut es, also ihr könnt es machen oder nicht, aber schaut es, wenn ihr könnt, am PC. Es hat nichts mit den Klicks zu tun. Weil zum Teil übernimmt es Klicks eines Abteils, übernimmt es nicht unbedingt. Habe ich gehört. Ob es wirklich stimmt, kann ich nicht sagen. Habe ich nicht getestet, weiss ich nicht. Weil, jetzt kommt die Begründung, wieso ich sage, er soll jetzt am PC schauen. Erstens ein grösserer Bildschirm. Was ist der? Eigentlich der blödste Grund ist, aber ich habe einen grösseren Bildschirm, finde ich. Weil ich schaue sehr viele Videos auf dem Nattel. Aber was da jetzt ein Tint Top ist, was ich eigentlich umfasslich raus will. Ich weiss, ich schnurre wieder, wie eine Ewigkeit, was es raus will. Ich habe gehört gehabt, dass meine Videos auf dem Nattel, etwa zum SumSum oder Äpfel, ist gleich. Ich habe es auch schon getestet. Also auf dem Äpfel klingt scheisse. Beziehungsweise. Man hört die Stimme nicht. Auch wenn ich jetzt die neuesten Videos mit dem ShareFactory Programm aktualisiert habe. Auch inzwischen. Also Minecraft ist aktualisiert worden. Es ist im Moment ein bisschen schön, um zu aktualisieren. Das wäre einfach runtergehalten vermutlich. Wenn ich jetzt mit dem ShareFactory, das wollte ich raus. Mit 200% meine Videos auf 200% hochpower. Also. Und ich kann nicht höher hoch. Ich glaube, das haben wir ein wenig gemerkt gehabt. Vielleicht sind ja die Aufnahmen jetzt besser auf dem Nattel. Das habe ich noch nicht gefragt. Muss ich jetzt mal noch fragen. Der Cyril schaut, glaube ich, auf dem Nattel. Aber ich würde euch empfehlen, schaut es auf dem PC. Oder Mac. Oder ja, Tablet. Tablet habe ich es schon probiert. Gehört mir es eigentlich relativ gut. Die Stimme und so. Geht eigentlich noch. Aber eben. Schaut jetzt doch am besten auf dem PC. Da habt ihr gute Qualität auch vermutlich. Wenn ihr einigermassen anständige Soundkarten habt. Und das Rauschen, das habe ich auch schon gehört gehabt. Das Rauschen ein wenig im Hintergrund. Das kann ich mit meinen Möglichkeiten, die ich im Moment habe, mitbeheben. Schade, ich weiss es. Das Rauschen, das Rauschen auf dem Mikrofon und so. Nicht, dass wenn jetzt mein Oberkiller da, nein. Wir wissen, unser Parsons Rassenterrier ein wenig rumschnaubert. Das meine ich nicht. Ich meine, wenn man mit der Stimme und so und alles. Das hätte ein wenig schnull. Ja, wie heisst es? Komisch klingt. Komisch klingt, wenn ich äh, es Rauschen vor allem. Das kann ich leider nicht, das kann ich noch nicht bearbeiten. Das Equipment für alles wirklich vollkommen ohne Schärfetterei aufzunehmen. Was eigentlich noch witzig wäre. Ähm, ist vermutlich sehr teuer. Ich habe es noch nicht angeschaut, wie teuer es ist. Aber so Game Capture habe ich auch schon mal angeschaut. Allein, der kostet, äh, viel. Ich weiss, preis, weiss ich nicht mehr, hundert, x, x, y. Ich weiss eben nicht mehr genau, wieviel. Und muss ich ehrlich sagen, das würde ich erst machen, wenn jetzt da meine Videos gut angeschaut werden. Und ich könnte Geld verdienen mit YouTube. Würde ich das machen. Dann würde ich mir eine solche Ausrüstung kaufen, vollständige. Würde auch andere Videos bringen. Jetzt im Moment ist Minecraft das, was ich gerne möchte. Publizieren. In meinem Share Factory. Share Factory mit dem Share Button. Später, ich muss jetzt schauen, ich vermute das nächste Wochenende. Weil das Wochenende ist jetzt gerade vorbei leider wieder. Und unser Einer muss wieder arbeiten. Wird ich noch Destiny aufnehmen. Also könnte ich freuen, wenn wir Lust haben zu schauen. Es wird das Destiny Mundart geben. Auch wieder Mundart. Ich werde jedes Video von mir ein Mundart geben. Ich kann das nicht. Weil deutsche Sprache ist eine schwierige Sprache. Nein, sage ich. Nein, ich finde einfach Mundart, äh, da kann ich eben, da kann ich solche Sprüche bringen. Kann ich Witz drin bringen oder einen Deutschen. Weil du merkst nicht, dass ich dann ein Schweizer bin. Ähm, genau wegen dem Grund mache ich eigentlich kein Hochdeutsches. Hochdeutsches solltest du auch nicht sagen. Weil es ist nicht höher. Höher, äh, wie wir. So deutsche Videos mache ich nicht. Das bringt mir nichts. Ich würde dir sicher denken, wieso soll es jetzt hier rein gehen. Was könnte sein? Es könnte die Folge wieder mal fertig sein. Und das ist auch der Fall. So. Ich bin jetzt noch schnell am Schauen. Dann noch ein paar Sekunden. Das können wir jetzt mal wieder stoppen. Es tut es auch nicht, äh, sauren. Oder ich höre jetzt nicht. Es war schon blöd letztes Mal. Ich weiss es. Aber ähm, ja, jetzt ist es so. I'm not perfect. Ehrlich gesagt. Also. Es wird jetzt halt nicht mehr über die Nacht so sein. Jetzt machen wir es halt ein bisschen anders. Das erleben da, die ein paar Minuten Fehmig. Also. Merci vielmals für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.